so und sie wissen tv total vergisst nicht ja nichts wir vergessen aber nicht nur ganze jahre nicht sondern auch unsere helden die vergessen wir auch nicht und einer dieser helden war ist und wird auch auf ewig bleiben jens ohlesen der meister der kleinen falschen zwischentöne will man das was sie gleich sehen wirklich sehen unbedingt denn jetzt ohne sinn ist die moderationsmaschine des westdeutschen rundfunks jetzt habe ich mein thema ganz kurz vergessen jetzt fällt es mir wieder ein er bringt die nachrichten wie kein zweiter auf den punkt auf dem ehemaligen werksgelände des zwieback herstellers brand in hagen hat es am abend gebrannt die zuschauer lieben die persönliche note die jens ohlesen in seine moderationen einbringt meine güte ist das da hat das dann ausgesehen er ist ein mann ohne verfallsdatum oder wie er selbst sagt der discounter netto warnt heute abend vor haferflocken mit dem mindestteil wie heißt das noch mal mindesthaltbarkeitsdatum 23.09.2015 für ohlesen ist das tv studio arbeitsplatz und schlafzimmer in einem doch jens ohlesen ist nicht nur moderator er ist wort akrobat ein wahrer schöpfer seine kreationen sind kunstwerke er ist dichter und denker millionen ausrangierte handys liegen in schubschaladen rum die wortkreationen dieses fernsehphilosophen sind so reichhaltig dass sie ganze bücher füllen pfeffer fritz spray und schlagstock reichen nicht dank tv total kann seine geschichte jetzt endlich weitererzählt werden endlich bekommt er wieder das publikum das er verdient endlich wird seine arbeit wieder gewürdigt denn natürlich hat er auch in den letzten jahren seiner kreativität freien lauf gelassen wenn ich vollständig geimpft und ist oder genesen ist also schnallen sie sich an denn auch in den letzten jahren hat jens ohlesen seinen eigenen grundsatz in die tonne gekloppt man sollte immer aufpassen wenn eine kamera läuft und überlegen was man sagt unser bildschirmheld jens ohlesen super das ist wichtig das ist menschlich und er macht immer weiter er macht weiter auch hier sehr schön alle reden über karl lauterbach man muss sagen karl lauterbach das ist wahrscheinlich der meistgesagte und geehrte name der welt nur bei jens ohlesen hatte er einen ganz anderen namen wie geht's weiter vorsichtig oder forsch abwartend oder schnell heute nachmittag hat gesundheitsminister karl lautermann die leitplanken vorgestellt sehr schön ganz kurz noch überlegt soll ich berichtigen ach komm scheiß drauf und ich glaube er hat auch schon nacktmittag gesagt nacktmittag mit karl lautermann hört sich an wie klabauter mann aber auch sehr schön dieser kleine ausrutscher hier was war das für ein gezarre in den letzten monaten gerade zwischen den beiden großen zwischen frankreich und deutschland westlich des rheins der französische atomstrom gigant östlich davon die deutsch atomkraft nein danke die deutsche atomkraft nein danke politik kurz hat er sich selber gesagt nein danke lassen jens ohlesen das ist ein held oder das ist ein held wirklich lieber jens wäre doch ein richtig guter kandidat hier fürs sofa oder ja